moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden folge von patrick zu part 22 bei rs 22 so mein name ist patrick unterstrich gäbe unterschricht uns wo ich also herzlich willkommen wir starten den mutter und fahren dann los weil wir müssen auch die bga aber befüllen jetzt haben wir auf jeden fall werden wir eben die bga hier voll machen damit ja Ui! So... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. So. Der Lylylylhikopter ist wie Donkabix. Hmm. Ja. So, einmal walzen. 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 So, wir sind bei 37% Verdichtung. So, wir sind bei 38%. So, einmal walzen. So, also wie gesagt, wir machen hier erstmal die Verdichtung des Hofsidos. So, wir sind bei 38% Verdichtung des Hofsidos. Ich guck mal kurz was nach, weil mich das doch mal sehr interessieren würde. So, come here. So, come here. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall nochmal eben hier bin ich. So, auf jeden Fall verdichten wir das hier. Weil das ist unsere Aufgabe, das erste Mal zu verdichten. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. So, 83. So, 84. 85. So, ich... So, 85. So, 85. So, 85. So, 85. So, 85. So, 93% Verdichtung. 94. So. 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 86. 97. 98. 99. 100. So, und das können wir abdecken, das Siegel. So, und das können wir abdecken. So, dann müssen wir mal jetzt gucken, wo ist das denn jetzt, der Missstreuer. So, und das können wir abdecken. So, und das können wir abdecken. So, auf jeden Fall fangen wir einmal hier zum Hof. Der LKW. Ja, was wir auf jeden Fall verkaufen können, ist der für Winterdienst. Aha, bei einem Tierhof ist der. So, dann fangen wir mal einmal zum Tierhof. Wir holen uns den Missstreuer. So, so... Mm-hmm. So, so... 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 Auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder zur BGA einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einmal auf das Feld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm. Bis zum nächsten Mal. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm. 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 So. So, dann holen wir uns einmal den Anhänger. Spiegel laut, Spiegel laut, Ole, Spiegel laut, Ole, la 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 la. Auf geht's Deutschland, wir feiern euch so an. Naja, morgen ist Deutschland gegen Schweden. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. um jester la 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 so la 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 i'm here long 2 2 3 2 1 i i i i i Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, machen wir hier oben drauf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier müssen wir andersrum fahren Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hier ist der Supermarkt, weil wir ein bisschen außen rum fahren. Blinker können wir direkt anlassen, einmal so rein. So rein. Das war's. Ach, 86.000. 86.000. 86.000. 86.000. Oh, le. Schalalalalala. Oh, ich hab hier raus. Oh, ich hab hier raus. Oh, ich hab hier raus. Wir machen mal eben kurz 5 Minuten Pause. Ich bleib aber jetzt hier dran. Ähm, und wir wollen nur eben kurz mal schauen. Okay. 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 Lalalalalalalala Tadaa 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 So Ich sag mal Bis später, bis später.